Jo Leute, willkommen zu einem brandneuen Video und ja, kennt ihr das auch? Ihr wollt auf YouTube einfach mal so ein Design Tutorial schauen, weil ihr einfach mal was nachgucken wollt und dann werden euch so lauter so 30 Minuten Tutorials vorgeschlagen und ihr denkt euch so ah, gar kein Bock, wieso können es nicht einfach Leute mal so machen, dass sie was erklären und das schnell und kompakt machen und jo Leute, genau dafür habe ich jetzt die Serie Quick Tutorials gestartet jo Leute und heute dreht sich alles um das Thema Wingetta in Affinity Photo und wenn ihr eine Wingetta in ein Bild einfügen wollt, dann wählt ihr das Bild am besten mal aus geht dann hier unten auf dieses sanduhrförmige Symbol, heißt auch Livefilter und ihr seht hier lauter Livefilter, zu all den Livefiltern werde ich Quick Tutorials auf dem Kanal machen also seid ihr auf jeden Fall mal gespannt und aktiviert die Glocke, damit ihr die nicht verpasst und relativ weit unten findet ihr dann Wingetta in Klammern Filter, dann geht ihr da einfach mal drauf und dann könnt ihr hier alles einstellen, wie zum Beispiel Belichtung, ob das jetzt extrem hell sein soll oder halt extrem dunkel und dann könnt ihr die Härte einstellen, ob es halt extremst hart sein soll oder halt ob es eher so weich sein soll und die Skalierung, ob es halt extrem klein oder halt eben extrem groß sein soll und man kann auch noch die Form der Wingetta einstellen, zum Beispiel, ob das jetzt eher aussehen soll wie so ein Auge oder halt eben so wie ein Kreis und hier unten kann man auch noch die Deckkraft runterstellen, also von überhaupt nicht sichtbar bis halt normal sichtbar und den Mischmodus, heißt ja halt die ganzen Ebenenmodis, zum Beispiel, okay, das war also ein bisschen extrem, kann man zum Beispiel den reinballern und dann zum Beispiel hier mit der Deckkraft ein bisschen runtergehen, müsst ihr einfach mal rumspielen, am besten startet ihr euer Programm und probiert einfach mal selber ein bisschen rum und dann könnt ihr einfach hier auf das X gehen und zack, schon ist das Bild bearbeitet und ja, ich würde sagen, das war also schon, so easy geht es und ja, dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, probiert es einfach mal dasselbe aus in eurem Programm und ja, tschö mit ö!